Wird sie noch heute live auf Sendung? Hier... Schon wieder? Warum sage ich immer live? Wird nix live, lass Youtube wieder hollongen. Oh Mako, du... Oh scheiße, im Zoom seh ich den nicht. Oh, ich brauch noch 6 Punkte, dann könnte ich mir einen verbesserten Stealth nochmal holen. Scheiß Sniper, scheiß Sniper. Oh, warte, warte, warte. Ja, voll, ich seh dich so ein bisschen besser. Ja, wir sind hier noch an der Base in Esamir mal wieder. Und Marco hat sich einen schönen Anzug geholt. Ja, voll cool, ey. Ich hab da noch 50 übrig. Hat mir sonst so ein Aussehensding geholt. Ja, ich hab mir ein Ding für die Waffe geholt vom Aussehen her. Auch so ein Schneetan-Ding ein bisschen, weil wir doch recht oft hier zocken. Was unser Lieblingsplanet ist. Und ich hab mir ein neues Visier gekauft, was ich mal testen will. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das wird. Aber, ja, mal testen. Das ist dieses komische... Oh, äh, äh, äh. Tun wir gleich mal auf Pro hier. Es ist das... H-S-N-V-Zielfernrohr. Na dann. Was? Hier sieht man sogar das jetzt auf der Waffe drauf. Ja, äh. Kann's sein, dass sie das geändert haben? Weil man hat doch vorher gar nicht auf den Waffen das gesehen. Die Visier und so. Könnte sein. Ich müsste auch vorne einen Lauf haben bei dir, oder? So einen spitzen, so einen komischen lilanen. Ja, genau. So einen spitzen, ja. Genau, das Ding hab ich mir geholt. Ist, äh, ohne Vergrößerung das Zielvisier. Auf Entfernung wird's auch irgendwie ein bisschen so unscharf. Äh, aber verstärkt, äh, die Gegner, also, die leuchten so weiß hier. Und der Rest, die Konturen werden auch so verstärkt, dass man halt irgendwie alles besser sieht. Keine Ahnung. Ich wollt's mal testen. Bin ich mal gespannt. Ähm, fängt grad ein. Ist eigentlich die coole Folge schon gekommen? Äh, ja, 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 ja. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Die ignorieren wir. Ist nie passiert. Ah ne, Adam, die ist noch nicht raus. Achso, ja, aber jetzt, wenn das Video rauskommt, wird sie schon raus sein. Achso, ja, stimmt, ja, ja. Äh, so, die Galaxie. Episch, episch. Komm, komm, Adam, nehmen wir den. Nehmen wir den. Ja, warte, ich muss ja heute beweisen, dass ich damit fliegen kann. Warte, ich hol mal einen. Okay, ne. Ja, Mann, Liberator. Aber ich bin kein Inji, gell? Ich bin Scout. Achso, ja, man. Brauchen wir nicht. Wir stürzen hier an. Wo bist du? Wo bist du, wo bist du? Warn mit dem Ding nochmal hier. Okay. Wisch du das? Ach, du hast mich noch nicht eingeladen. Ich hab dich dreimal schon eingeladen. Du hast nicht angenommen. Moment. Da, 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 da. Es stehen keine Anfragen. Ja, weil sie schon zweimal abgelaufen sind. Guck mal jetzt an. Jetzt fliege ich unter dich. Ich fliege unter dich. Unter dich nach Disney Land. Das ist mir einfach lustig. Okay, Alter, ich hab die Gapding. Alter, wir brauchen einen Punkt noch. Äh. Ist irgendjemand online, den wir einladen können eigentlich? Nö, vorn war einer mal kurz. Wollen wir mal ran. Freunde. Wir sind immer viel zu früher. Ja, jetzt sind wir grad echt ein bisschen... Ne, sind wir eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir echt ein bisschen abgewartet, damit ein bisschen mehr los ist. Äh, wo ist mein... Oh Gott, Alter, oh Gott. Wie fliegst du noch? Ach, wo ist unser scheiß Punkt, den ich gesetzt hab, Alter? Weiß ich nicht, in welch... Dieser Bereich ist sperrgebild. Nein, das haben wir nicht schon wieder. Du bist gemein. Ich fliege gleich kopfüber. Nein, scheiße. Geht das mit den großen Dingern? Mit denen wir es noch nie probiert. Äh, keine Ahnung. Wollen wir es mal probieren? Eigentlich nicht. Warte, ich geh mal ein bisschen höher. Ja, okay. Ne, lassen wir es. Ähm, hier ist ganz schön ruhig. Fetter Einsatz angeblich. Komm ein bisschen höher. Ich seh nichts. Ah, hinter uns. Ich seh nichts, ich seh nichts. Äh, wechsel mal die Bordkanone zum Verteidigen. Bin ich, ich bin unten, Gatling. Ja, aber wechsel wenn, was von hinten uns beballert. Oh, zerstört. Ich seh gar nichts, Adam. Geh mal ein bisschen höher. Ja, warte, warte. Hier ist rein gar nichts in der Luft. In der Luft, richtig. Aber irgendwas wagt uns. Oh, wir sind gelockt. Wo kam das her? Längs. Längs. Kannst du da nichts sehen? Hinter uns, okay. Ich hab ihn. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie kommt. Ich seh sie. Oh, oh. Oh Gott. Ja, wir müssen runter. Rüstung. Verdammt. Du bist ne Scheißschütze. Ne Scheißschütze bist du. Was war denn das? Ich hab's gar nicht gesehen. Das war schon ein Jet. Das war ein kleiner. Das war ein Jet, ja. Okay, jetzt sind wir unterwegs. Hier vorne. Okay. Einsatz. Warte, warte. Wo bist du raus? Beim nächsten Punkt. Achso, okay. Dann am falschen. Aber ich komm zu dir. Da war noch einer, der war näher. Oh, da ist ein Panzer, gell? Ja, da sind zwei. Gut, du. Hast du voll daneben geschossen, oder? Ja, ich bin grad voll erschrocken, weil da zwei waren. Hihihihihi. Ja, das ist jetzt schlecht so, hier. Als... Wow. Wow. Sniper, du Sack, Sniper. Ich hol' mich mal kurz. Das ballert mich denn doch. Ich hol' mal kurz schwere Einheit. Hä? Okay, ich hab's grad echt nicht gecheckt. Der Panzer? Der cheatet doch! Der cheatet! Stimmt, ein Franzose. Aua, ne, Moment. Ich mach's anders. Schwere... Schwere Einsatz... Ach, sch... Oh Gott. Lack im Brain. Schwere Angriff sein, also. Ach, stimmt. Ich hab ja noch so'n, so'n Medikit mir geholt. Da... Hab' ich keine Ahnung, wie ich das benutze. Alter, ist das. Muss ich noch lernen. Oh Gott, die Reichweite von dem Ding ist echt für'n Arsch. Oh, ich zu wenig reden, glaub' ich. Äh, ja. Aber wir kriegen den Panzer. Komm schon! Ah, da ist noch ein zweiter. Oh, ich muss da mal hoch. Lauf, Marco. Lauf, die retten grad' den Panzer da hinten. Ich kann sie von oben holen. Wo steht der? Uah! Ja, wo ist denn der zweite hin? Marco. Ah, da. Der zweite Panzer ist grad' genau vor mir. Hihihi. Oh, ich hasse diese... Das gibt's doch nicht. Ich krieg's so'n Ausraster. Ah, zu wenig reden, zu wenig reden. Okay, wir machen sie zweite, Adam. Jetzt, jetzt ist... Jetzt... Ich, ich... Auch viel zu konzentriert. Wir machen das jetzt zusammen. Ah, das auch. Herz. Schwere Angriffseinheit und los geht's. Nein, nein. Komm her, komm her, du Scheißviech. Ah, der war knapp. Ich hab voll die assige Position hier. Da ist ein Panzer von uns. Der macht das schon. Panzer von uns. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, das... Man muss alles selber machen. Du weißt das, Adam. Alles muss man selber machen. Ah, hier bin ich, Marco. Wo ist denn der Sunderer? Wo bist du? Ja, fuck. Ich bin runtergefallen. Da ist ein Sunderer. Vorsicht. Natürlich ist noch ein Sieg möglich. Oh. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn gehört. Irgendwie taugt mir der Aufsatz nicht sogar. Hier ist noch ein Sniper mit dieser MG. Äh, wie hat der das überlebt? Ach, der hat nur noch einen Strich. Ja, leck mir mal Arsch. Das gibt's doch nicht. Wir müssen diese Base verteidigen. Mit unserem Leben. Mit unseren tausenden Leben. Wir müssen mal ein bisschen besser verteidigen, weil die übernehmen sie gerade. Willst du dich von diesem Abschaum besiegen lassen? Oh, yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, Adam. Nein! Diese Mumus! Gott, lauf Adam, lauf! Alles hängt von dir ab. Ich bin halt gestorben. Oh man, die sind schon wieder so fertig. Ja, wir sind doch zum komischen Öko-Planeten, da gewinnen wir gerade. Mag mich Öko spielen, ich hab mir ne weiße Tarnung geholt. Ich hab kein Geld für was anderes. Gehen wir mal zu Dingen ins Palos Solar Array. Das Schlimme ist, dass sie auch sogar, das ist auch nur ne, wie war das, ne Einwegtarnung? Ja, da hin, da hin. Es sind auch noch die blauen, die Dreckskiddies sind das. Okay, jetzt. Ich spawne in der Basis und hole mir ein Jet. Ein Jet hole ich mir. Als Inji. Ich muss hier mal Dings ändern. So. Das Ding war irgendwie ne Fehlinvestition. So, wo haben wir denn irgendwas? Da etwas blau ist. Anami, ich komm zu dir. Ich bin dein Schutzengel. Boom, Toast. Ah, das hole ich mir jetzt hinten. Die können mich mal. Ah, ich hab hier so eine Luftunterstützung. Ich seh dich auf dem Radar, oder? Da und da und wo bist du? Da ist Marco. Ballern wir auf Marco. Die feindliche Max-Einheit, okay. Sieht das dir hier was ab? Juhu! Er merkt es doch nicht mal. Ne, ich merke es nicht. Also doch, normale Geschütze tun mir schon was. Also bei mir kam eine Meldung, sich aufhören so auf dich zu schießen. Aber es schien nicht so, als würdest du schaden klingen. Da ist eine Luft-Einheit. Gegnerische Luft-Einheit. Oder? Hab markiert, fliegt da rum am Turm jetzt direkt. Hab ihn. Die Flak ballert auf dich. Ramin, Marco! Ramin! Das sind sogar zwei. Japanischer Kamikaze-Flieger. Ich hol dir mal das Flak-Ding weg. Das wäre nett. Woah! Okay, mich hat es zerlegt. Das hat dann nicht mehr gepackt. Die Flak kann nämlich irgendwie komischerweise unter sich drunter schießen. Der gerabbt, oder was? Ah, ich hab ihn. Ah, da ist noch eine Flak. Oh Gott. Ich kann nicht bei dir spawnen. Sprinter, Adam, Sprinter. Warte durchsetzen. Oh Gott. Medikett. Medikett. Ich komm mit nem Flash. Verdammt. Ich komm mit nem Flash.